Hallo und herzlich willkommen zu Achtelfinale. Der ultimative Showdown. 16 Dinge, Personen, Sachen treten gegeneinander an. Erlebt mit, wie in diesem ultimativen Showdown es nur einen Sieg ergeben kann. Und nun geht es los. Gefällt euch dieses Format? Dann schreibt uns. Wir sind schon gespannt, was ihr davon denkt. Und nun, viel Spaß. Achtelfinale. Ja, und das erste Mal heißt es Achtelfinale. Und natürlich sind Jürgen und Dominik mit dabei, denen ich jetzt beide auch erkläre, wie das Ganze funktioniert. Wir haben ein großes, großes Achtelfinale. Das heißt 16 Düngepersonen, darauf gehe ich jetzt gleich ein, die gegeneinander antreten werden. In so einem Raster. Das heißt immer ein Spiel, eine gegen eine Sache, Düngeperson, was auch immer. Ihr beiden dürft ausdiskutieren, wer von diesen beiden Dingen weiterkommt, sodass wir am Schluss ein großes Finale und einen ultimativen Sieger des Ganzen haben. Das Besondere dabei ist, die Themen würfel ich aus und habe eine große Liste von verschiedenen Dingen, wonach sich die beiden Sachen, die da gegeneinander antreten, messen werden. Und in der heutigen ersten Folge habe ich Personen aus unseren acht Folgen, die gegeneinander antreten werden. Okay, ich hoffe, das erklärt sich jetzt dann noch so ein bisschen. Das klang jetzt nämlich saukompliziert. Ich frage mich vor allen Dingen, ob du, du hast im Eingang gesagt, dass wenn euch dieses Format gefällt, dann soll man sich melden. Aber sie sollen sich egal wie melden, oder? Ja, ist mir egal wie. Genau. Ich sehe jetzt gerade so die Leute mit den Kopfhörern, die gerade so den Arm hochheben. Achso, naja. Vielleicht über dieses Internet. Vielleicht ist das eine gute Idee. Dann würde ich doch sagen, ich werfe mal meinen Zufallszahlgenerator an und der spuckt mir diese Zahl acht aus. Und das ist, welche dieser beiden Personen wäre wohl... Der neue, ultimative Wettendass-Moderator Runde eins. Wir haben anzutreten U-Boot-Kapitän Schlitt aus unserer Nullnummern-Folge gegen unseren Martin Gär, den alten Aufschneider. Welcher der beiden, würdet ihr sagen, gibt den besseren Wettendass-Moderator ab? Was hat der Martin Gär gleich wieder gemacht? Ich wollte gerade sagen, der alte Aufschneider, das war doch der, der sich als Martin Gär ausgegeben hat. Genau, der mit den Schuhen. Meinst du den richtigen oder den falschen? Das dürft ihr euch überlegen. Also ich meine, die Antwort ist ja unglaublich offensichtlich, weil der Herr Schlick, der hat uns zwar amüsiert, aber letztendlich hat er ja nichts wirklich getan, was irgendwie in annäherer Weise Entertainment ist. Sondern er wollte ja als guter Soldat und als Navy-Mann oder hier als Marine-Mann ja eigentlich nur seinen verdammten Job machen. Und ich glaube, der Schlick, der wäre mit Abstand der bessere Moderator, weil der ist ja offensichtlich ein guter Schauspieler. Moment, der Schlitt war der U-Boot-Kapitän. Der Gär. Ja, genau, der Schlitt, aber der Gär, genau, der Gär, der ja dann die falsche Identität angenommen hat, der ja für Summers B, der das Vorbild war, ist definitiv der bessere Schauspieler, also folglich der bessere Moderator. Ja, es tut mir leidig jetzt, dass du verlierst so. Nicht nur, dass du das vollkommen falsch einschätzt, du hast auch den Namen jetzt mehrmals falsch ausgesprochen, aber darüber will ich jetzt mal großzügig hinwegsehen, weil wenn du halt schon ein bisschen verwirrt bist, dann wundert mich das jetzt auch nicht. Nein, natürlich ist der Gär, ist ein Schauspieler, aber ein Schauspieler ist nicht gleich ein Moderator und ein Moderator ist nicht gleich ein Schauspieler. Das wird, glaube ich, sehr deutlich, wenn man irgendeine deutsche Quizshow irgendwas mal anmacht und sich mal anguckt, wie sich da so die Leute verhalten. Also Moderatoren brauchen ganz andere Qualitäten und Qualitäten, die, möchte ich anmerken, unser U-Boot-Kapitän sehr wohl hat. Denn es hat mich in den letzten, ich möchte fast sagen, 100 Jahren kein Mensch so gut unterhalten wie Karl Adolf Schlitt. Es gibt keinen Menschen aus der Geschichte, den ich so oft in Anekdoten angebracht habe und herzhaftes Lachen damit provoziert habe. Also du kannst dem nicht sein Comedy-Potenzial absprechen. Und das ist, glaube ich, das, was ein guter Moderator hat. Ich glaube, das Comedy-Potenzial, was du hier gerade ansprichst, ist halt vor allem den Kacker. Und ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass du, dass wenn die Kacker-Komponente nicht da wäre, die zugegebenermaßen hilarious ist, dass er immer noch so witzig wäre, weil er an sich natürlich keinerlei Scham hat, sondern diese höchst beschissene Situation, in der er nun mal steckte. Da würde ich noch in den Raum werfen, dass ich tatsächlich auch mich, eurer Argumentation nach, eher für den Gär entscheiden würde, aus einem ganz einfachen Grund. Der Moderator soll ja eigentlich nicht die interessante Person sein, sondern andere in den Vordergrund mitbringen. Gerade bei sowas wie Wetten, das kann ich mir deswegen eher einen Martin Gär als einen U-Boot-Kapitän-Schlitt vorstellen. Und daher kommen wir in die nächste Runde. Ach, hast du jetzt einfach mal so entschieden. Genau, wir haben ja einen Mehrheitsentscheid, zwei Drittel, dann gehen wir weiter. Dann seid ihr leider beide verloren. Ja, es treten an. Posträuber Ronnie Biggs gegen unsere Arsen-Gesche. Weiterhin das Thema Beste Wetten, das Moderation. Also dann klares Votum für unsere Gesche. Nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil einfach, ihr kennt doch das, erinnert euch an die letzten Wetten, das Sendungen und wie nervig da manche Gäste waren. Und wenn du dir jetzt einfach vorstellst, dass die dann da ein paar so Gummibärchen hinstellt, besonders eine eigene Schale für die besonders nervigen Gäste, dann glaube ich, würde jede Sendung, nicht nur Wetten, das würde dadurch stark gewinnen. Also ich habe jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ich kann dagegen nicht argumentieren. Das finde ich einfach so brillant, dass ich das gewinnen lassen möchte. Und damit gewinnt Arsen-Gesche und kommt eine Runde weiter. Es treten an Bergsteiger Maurice Wilson, ihr wisst schon, der versucht hat, auf den Mount Everest zu kommen. Vielleicht kam er auch hoch, wir wissen es nicht genau. Gegen unseren Spaghetti-Reisenden Spears, der sich in einer Kiste nach Australien hat schicken lassen. Dominik, ich überlasse dir das Eröffnungsplädoyer. Ich glaube tatsächlich, dass wir den Wilson nehmen sollten. Wetten einfach aus dem Grund, weil er, glaube ich, diese gewisse Schrulligkeit mitbringt, die auch eine gewisse Kantigkeit und die halt Menschen interessant macht. Weil ich meine, auch wenn hier Lanz es uns anders glauben versucht, es uns glauben zu machen, am Ende des Tages ist halt die Wetten, dass-Moderation aus meiner Kindheit halt auch von dem Charakterkopf Thomas Gottschalk geprägt gewesen, der halt, ja, übertrieben oder nicht übertrieben halt seine verschiedenen Outfits hatte und seine recht eigenen Meinungen und seine Sprüche rausgehauen hat, die auch manchmal so ein bisschen daneben waren. Und ich glaube, dass der Wilson ja jemand war, der auch komplett drauf geschissen hat, was andere Leute gedacht haben und eine gewisse Exzentrik hatte. Und ich glaube, dass er da definitiv die bessere Wahl ist. Da möchte ich dir zwei Punkte entgegnen. Und zwar das eine ist, dass einer, der, glaube ich, als Erster auf dem höchsten Berg der Welt unbedingt sein möchte, dass der so ein Ego hat, das lässt einfach nicht genug Raum für Gäste. Also das sehe ich nicht in Wetten, dass. Und das andere ist, Rex Beers, kann ich nachreichen einen Link zu einem Interview mit Rex Beers. Es ist ein fantastischer Typ mit einem sehr feingeistigen Humor, dem er sehr eloquent, also den kann ich mir astrein als Moderator für alles Mögliche vorstellen. Das ist natürlich jetzt so ein typischer Fall von der Jürgen kann einfach irgendwas behaupten, weil er es recherchiert hat. Da gibt es noch diesen Artikel, wo er erzählt, dass er immer auf Deutsch, was denn das angeschaut hat, obwohl er die Sprache gar nicht spricht, weil er das so geil fand. Aber ich würde mich tatsächlich da auch eher dem Spears ansehen, weil ich eher das Gefühl habe, der ist eine wandlungsfähigere Person als der Wilson. Von daher mag es vielleicht etwas Willkür sein, kommt er eine Runde weiter. Und Dominik, wenn du dann mal deinen Discord öffnen möchtest, dass du siehst, dass ich mir nicht Dinge aus den Rippen schneide. Nur weil du hier eine Runde verloren hast? Es treten als letztes Mal zu diesem Thema an der geile Graf von Luckner gegen den Egel-Anwalt. Wer von beiden wäre die bessere Moderationswahl für ein Reboot von Wetten, dass? Über den Egel-Anwalt wissen wir halt herzlich wenig. Aber ich glaube, die Qualität, dass du ohne rot zu werden und ohne in Gelächter auszubrechen einen Egel vor Gericht verteidigst. Ich glaube, da kannst du auch so die eine oder andere Peinlichkeit bei Wetten, dass? überstehen. Das ist absolut richtig. Aber ich weiß nicht, der Luckner ist halt doch erstaunlich nah. Also wenn du sagst, Wetten, dass? ist es für mich halt 80er und 90er Jahre. Und je mehr ich mich retrospektiv mit diesen Jahrzehnten beschäftige, desto offenkundiger wird es für mich, wie viel Sexismus da noch erlaubt war. Und auch die schlüpfrigen Bemerkungen von Thomas Gottschalk und halt immer die grenzwertigen Beobachtungen, was weibliche Outfits und dergleichen angeht, befürchte ich, wenn ich sage befürchte, dass der Graf von Luckner tatsächlich der Bessere Wetten, dass? Aber das ist jetzt auch wieder so ein typischer Fall. Das ist das Einzige, was du dir über den gemerkt hast, oder? Was hat der noch gemacht? Er hat eine Talkshow moderiert. Also was denn noch? Nein, ich wollte nur andeuten, dass du vergessen hast, wer unser Luckner eigentlich ist. Also das Problem mit Jürgen ist, dass er halt so kompetitiv ist, dass er halt jetzt gewinnen will. Aber ob das natürlich jetzt das Witzigere ist, dann stelle ich da hin. Weil natürlich erinnere ich mich ja gar nichts mehr, was der sonst gemacht hat. Ja, eben. Das ist ja das. Das macht es mir auch schwer, wirklich für ihn zu sprechen. Aber die Tatsache, dass er sich an seiner Tochter vergangen hat, spricht doch ganz deutlich gegen ihn. Das würde ich tatsächlich an der Stelle zählen lassen. Von daher lassen wir den Egel-Anwalt 1 weiterkommen. Ich überlege gerade, wenn wir den aus dem Jahrhundert rausnehmen würden und ihn werden das moderieren lassen. Noch nie einen Fernseher gesehen, noch nie eine Kamera. Ist völlig zu irritiert, warum Frauen auf einem Hosen tragen. Die Egel. Ich glaube, Philipp hat sowieso dieses Finalpaar schon auf seinem Zettel stehen. Aber lass uns gerne weitermachen, das soll uns nicht aufhalten. Sehr gut. Wir kommen zu den nächsten vier Paarungen, aber dafür wähle ich schon ein neues Thema. Der Zufallsgenerator sagt die Nummer 2. Und das bedeutet, das Thema wechselt auf Wer, wer, der oder die, beziehungsweise würde machen die beste Teilnahme bei The Masked Singer und welches Kostüm würde die Person, Personen, wie auch immer, tragen. Und es treten gegeneinander an die... Nein, 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 stopp, 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 stopp. Kannst du mal nochmal definieren, was genau Masked Singer ist, weil ich schaue kein Fernsehen. Ja, The Masked Singer ist eine, ich glaube, koreanische Adaption einer Fernsehsendung, in der Personen in sehr auffälligen, kostümierten, oder in Kostümen, so Ganzkörperkostüme singen. Das heißt, es wird über die Personen immer nur ein bisschen bruchstückhaft erzählt. Sowas wie, ich mache mein Geld mit Social Media oder ihr kennt mich vielleicht aus dem Kino. Aber die Stimme wird immer verstellt, außer beim Singen. Spaß für die Leute zu Hause, neben dem Rauswählen einer Person, die dann aus ihrem Kostüm schlüpft und damit enthüllt wird, wer die Person tatsächlich ist, ist natürlich immer die Spekulation, wer sich wohl zum Beispiel hinter der Dampfnudel in der österreichischen Version verbirgt. Spoiler, es war Roberto Blanco. Okay. Und es treten hier gegeneinander an die Banklady Gisela Werler gegen den Rocketman Max Vallier. Boah. Das ist jetzt natürlich auch für mich dünnes Eis, weil ich die Sendung zwar kenne und das Format, aber noch keine Sekunde davon gesehen habe. Ich auch. Aber da geht es doch auch darum, dass man gut singt, oder? Ich glaube, weniger gut, sondern dass du eine gute Schau ablieferst. Also, unser Gegenmann steckt... Also, dann würde ich die Frau Werler eindeutig sehen, weil die Frau Werler ist einfach in einer Zeit, wo quasi Frauen nichts zugetraut wurde, war sie selbstbewusst genug, dass sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten eine Bank oder mehrere Banken ausgeraubt hat. Und von daher glaube ich, dass die die Jojones hatte, alles durchzuziehen, was sie wollte. Leute, ich gebe dir zwar Ungarn recht, aber ich gebe dir recht. Ich sehe allerdings Max Vallier vor mir in einer großen Styropor-Rakete. Bei der Werler habe ich noch kein so klares... Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Kostüm für beide. Wie als so ein Panzerknacker-Kostüm vielleicht. Weißt du, einfach so eine Augenbinde. Nee, es muss ja schon ein Ganzkörper sein, damit man nicht erkennt, wer das ist. Ja, aber das ist doch bei den Panzerknackern auch so, sobald die ihre Augenbinde tragen. Ach so, du meinst sozusagen wirklich so ein komplettes Outfit. Ja, sobald die ihre Augenbinde tragen. Ja, klar kennt, einfach eine Brille tragen. Genau, das wäre das auch. Das wäre, ja, damit würde die auch gewinnen dann. Sehr gut. Und damit kommt Bank Lady 1 weiter. Es treten in der gleichen Kategorie gegeneinander an unser Nachwuchs-Bitw. Bzw. Vorgänger 007, Duschko Popov, gegen den Stuntman Arnim Dahl. Also ich glaube, Arnim Dahl würde gewinnen und der wird sich so als, der hat sich doch außen an so Gebäuden immer quasi akropatisch betätigt, an so Fahnenmasten. Ich finde es total geil, wenn er so ein Fahnenmast wäre, wo drauf, und die Fahne, die schwenkt, ist so Applaus, Applaus. Und das ist quasi, wenn der Song vorbei ist, kommt so künstlicher Wind und dann schwenkt die Fahne so in diesem künstlichen Wind und da steht dann drauf Applaus. Und er ist die Fahne. Er ist die Fahne. Okay, verstanden. Also ich glaube, der Stuntman, der hat zwar auf vielen Hochzeiten getanzt, aber ich glaube, das ist einfach kein Sänger. Also da glaube ich eher, ein Mann, der mit wirklich noch mehr Wassern gewaschen ist, wie unser hier Spion, der kann in solchen Situationen, glaube ich, viel mehr aus einem viel größeren, viel breiteren Repertoire schöpfen. Und der wäre wahrscheinlich verkleidet, jetzt muss ich mal überlegen, vielleicht als ein so großer Casino-Chip. Das ist ein bisschen platt vielleicht, das Kostüm, aber ich bleibe dabei. Ein großer Casino-Chip. Es fällt mir sehr schwer, mich da zu entscheiden. Ich würde sagen, Duschko hätte klar das coolere Kostüm, was besser zu ihm passt, aber mich überzeugt hat da etwas mehr einfach dieser Performance-Gedanke, dass der Stuntman als lebende Fahne am Mast hängt. Aber vielleicht läuft es ja ganz anders bei unserem nächsten Pairing. Unser Faltboot-Fahrer Speck gegen unseren Golfer Maurice Flitcroft. Wer von beiden wäre die bessere Partie für The Masked Singer? Also den Speck sehe ich gerade vor mir, wie er seinen Kajak so huckepack trägt, dass man ihn quasi nicht sieht und erkennt und dabei fröhlich ein Lied vor sich hin trellert und quasi ganz aus Versehen in diese Sendung stolpert und gar nicht weiß, dass er da mitmacht. Und dementsprechend würde er wahrscheinlich verlieren, weil dann, wenn der Applaus kommt, er einfach das Kanu abnehmen würde und sich präsentieren. Aber ja, das war quasi ein Anti-Pitch. Um die Entscheidung klarzumachen, ich glaube, dass unser Maurice definitiv zu seinen vielen, vielen Fähigkeiten und Dingen, die er in seinem Leben probiert hat, da ohne weiteres noch Sänger hinzufügen kann. Und er würde sich garantiert verkleiden als der Hüter des britischen Golfrechts, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Das fände ich nämlich extrem geil, wenn er einfach in so einer Parodie von dem auftreten würde, so als letzter ultimativer Diss. Ich finde die Kostümidee hinter Speck deutlich schöner, aber wünsche mir einfach so sehr, dass Flitcroft das machen hätte können, sodass er da der britischen Noblesse des Golfsports eine reindrückt. Du noch mal, ich habe gegen Speck argumentiert. Ja, 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 geht es eindeutig nach Flitcroft und er ist eins weiter. Und wir kommen zur letzten Paarung des Achtelfinales selbst, und zwar unserem Fan der Lobotomie Walter Freeman, der mit dem Lobo-Mobil durch die Lande reiste, oder Klaus und Klaus. Wer von diesen beiden Haarungen wäre die bessere Kreative? Wir entscheiden uns für Klaus und Klaus. In einem halben Moment, in einem Kostüm, der wilde Gerherz-Boom. Nee, viel dümmer finde ich, wenn sie jeweils als Klaus und Klaus verkleidet wären, aber jeweils der andere. Andersrum als der andere Klaus. Ja? Oder der dritte. Sehe ich auch. Sehe ich auch. Das hast du aber schon antizipiert, dass die Entscheidung so schnell läuft, fällt es, oder? Tatsächlich nicht, weil ich habe vorher, also ich würfle wirklich die Kategorien aus. Und bei manchen Kategorien ist natürlich klar, wer weiterkommt. Aber bei der wäre es jetzt, hätte ich das vorher alles mal durchgeguckt, wäre das klar gewesen. Aber wie gesagt, ich wähle ja immer die Kategorien neu aus. Großartig. Und dann würde ich sagen, liebe Hörende, es geht beim nächsten Mal weiter, dann mit dem Viertelfinale. Wir haben noch drin unseren Aufschneider Martin Asengische, Spaketti-Reisenden, den Egel-Anwalt, die Bunklady, den Stuntman, Golfer und Klaus und Klaus. Und dann hören wir das nächste Mal rein, wie es sich ausgeht. Das ist, wenn ich das mal so sagen darf, ein sehr schönes Rückschau-Format. Finde ich gut. Ja, tatsächlich. Ich freue mich. Ich habe auch sehr, sehr viel Spaß damit. Ich freue mich auf nächste Woche. Ja, na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.